Das Weingut Klump liegt im Bruchsaal, das sehr dicht an die Pfalz angrenzt. Daher ist es auch nicht gerade verwunderlich, dass der Riesling von Markus Klump eher an einen Felservertreter dieser Rebsort erinnert, als an einen badischen. Im Gas hat man hier einen wunderbar klaren, fülligen, saftigen und frischen Riesling mit tollem Spiel und Eleganz.